Musik 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 35 Hebel an einem Stuhl Weißt du? Ja, komm Und dann noch Knöpkes an den Arm legen Dann auch legen Das zäh Stell dir jetzt an Oh, du hast gerade in Ordnung weißt du Arbeit für dich Oh, als ob Es fällt da auch was da rein, weil es nicht unter dem Dach steht Wir brauchen eine Okwurbel, ich baue mal ab Mann, wer hat denn Wer hat denn denn nicht unter dem Dach gestellt, hä? Musik Ah, mein Gott, Peter, du kannst auch gar nichts Weißt du, jetzt muss ich wieder ausbauen, wenn du einfach unfähig bist Ja Auf jeden Fall Ja Und 10 Karot war ich nicht, weil es eine 8% gibt Vielleicht Vielleicht fahre ich mit dem Boney ein bisschen was Nein 86% Das wäre gut Es gibt Also Es gibt Es gibt exzliche Das Imperial Das ist Der Zack, 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 zack. Really? Was, ja? Da ist der und da nicht das noch machen, was ich gerne machen möchte. Pause schon mal, was man nicht runterfällt. Oh, sieht's aus. So. Die Erde, die ich gerade gemacht habe, die kann ich jetzt schon mal sieben. Die Erde. Oh, sieht's gekriegt ist da. Also hierfür Korn. Oh, da kommt ein Zombie. Wie viel brauchen wir noch für dich? Weiß wie viel Zombies? Zwei, vier. Das ist noch eins. Oh, das ist noch ein Clipper. Aber wenn ich auf der Farm bitte, dass die Samen kaputt gehen, das wäre Kacke. Ganz klar oder das abgibt, das brauchen wir noch später. Easy machen wir das, ja. So, ich brauche noch zwei Steine. Dann können wir den Ofen machen. Und dann brauchen wir noch vier Steine, um ein Lava zu machen. Und dann geht's voran. Okay. Also die sind quasi schon fast fertig. Cool, cool. Ich mach dir mal vor Bäumen hier zum Arbeiten. Also das ist alles nur Clay gewünslich. Ich dachte, hier wird Wasser langlaufen. Nix ist. Doch, da war Wasser. Ich hab das gemacht, dass es nicht läuft. Das ist dann einfacher zum Fischen. Weil es geht dein Fishing-Ding da durch das Abfluss. Ich mach das dann nachher wieder auf für Lava. Da ist fließendes Wasser ist besser. Und fließende Lava braucht man ja, ne? Wenn du die Lavaquelle wegmachst, kriegen wir Obsidian. Das wäre jetzt nicht so vorteilhaft. Ja. Ey, erst mal auf die Dier. Ah, also mal auf die Dier. Und dann ist das Lava weg. Viel. So, und jetzt... Nein, jetzt. Jetzt geh ich hier wieder davor noch wo... Fahrgarten, 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 Schieck. Das ist... also nein... Die Quest kann man nicht machen. Die Quest... Ist so, ja... Ist langlauersicher. Dann brauchen wir noch ein Zombie. Melting Stone ist... Das... Ah, Melting Stone ist doch fertig. Achso, ja, da können wir... Ah, nee, da. Firing in the Pottery. So, oh. Oh, der hat Grass Seeds gekickt. Die brauchte man auch hier noch für, glaub ich. Okay. So, wenn der Bird da fertig ist, der eine, der gerade kompostet... Dann können wir den Ofen machen und das brennen. Dann kriegen wir Reward Back, glaub ich. Ja? Ich meine, ja. Naja, doch, es gibt auch nur Reward Back dafür. Und dann noch. Okay. Also das Herzen, auch wenn ich wieder einen aussuche. Yay! Dann einfach mal hoffen, dass wir was... Ich hab einmal sogar Greater gekriegt, Beck. Also es gibt ja Basic, Good und Greater. Ich weiß nicht, ob es noch besser gibt. Und... Greater ist schon... Der Goddard steht da rum. Keine Ahnung, wenn irgendwas mit Towncraft kommt, vielleicht brauchen wir den dann nochmal. Einfach erstmal rumstehen lassen. Ja. Vielleicht so ein kleiner Minion, der irgendwas fürs macht. Ja, ja. Ich hab mal... Einer wollte mal... So, dass der automatisch einsortiert zum Beispiel oder was machen. Äh... Keine Ahnung. Ja. 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 Ja, ich glaub, ich hab... Die Zeit lämmert mal rechts? Ich hab... Basic! Ich hab meiner, ist gut. Peach Sapling. Golden Nixon, yay! Golden what? Mach mal Schiff, oder wenn du im Inventar bist vielleicht. Oder kannst du da auch schon, ne? Probably a Croc. Also es ist ein Croc. Aus Gold, toll! Toll, super! Freue ich dich! Gold ist kaputt, weil Gold hält nie lang. Freue ich mich ja sogar noch mehr. Ich muss erstmal hier so ein paar Silke mal. Wir haben keine Torche mehr, ne? Aber irgendwo stehen Torches. Ja. Da oben stehen welche. Ich muss da eine machen. Erst zum Essen. Ah, da war sie schon weg. Da müssen jetzt Steine rein. Gehen auf Slaps. Ne, schade. Kann man das jetzt mit Cobblestone machen? Wenn du da pro Cobblestone, den du rein tust, kriegst du 250 Millibuckets Lava. Das heißt, wenn du vier Steine rein tust, hast du ein Eimer Lava. Und dann kannst du Cobblestone-Generator machen. Und dann ist schonmal... Okay, dann ist schonmal GG. Ja, haben wir schon geworden eigentlich. Ja, fast. Ich baue extra einen Generator, der an zwei Stellen dann... Und dann könnte man nicht, wenn das noch runter... Hier kommt das... Okay. Nein. Chop, 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 chop. So. Dann benutze ich jetzt auch kein Dings mehr auf Karotten. Ah ne, wir brauchen nur noch vier Steine, ne? Hm? Vier Steine brauchen wir, oder? Ja, um das in das Teil da reinzuhauen. Um Lava zu bekommen. Ach so. Holz kann man leider nicht in den Komposter füllen, ne? Nein. Ich gucke mal, ob man das nachgucken kann, und was man in den Komposter kann, aber ich glaube, das kann man nicht nachgucken. So. Oh mein Gott, ist das Ding etwa gewachsen? Ja, Tatsache. Yes! Vielleicht glaub man braucht drei, um irgendwie ein Papier zu machen, ne? Das ist ein Scheiß. Und du hast jetzt einen? Ja. Genial. Na genau, aus einem können wir sogar Sugar machen. Sugar brauche ich nicht. Sugar ist nicht meins. Sugar ist nicht so gut. Okay, wir haben noch, okay, 64 Boundenmiel haben wir noch. 74 was? 64 Boundenmiel. Ach so. Aber das brauchen wir eigentlich nur, bis wir, wenn wir Kapilzone-Generator haben, sind wir eigentlich... Kapilzone-Generator, das kommt mir so vor, als wäre so der erste größere Schritt, den wir machen. Ja. Ja, aber das könnte man das nennen. Weil über Kapilzone hast du halt Zudruck zu Erzen, ne? Richtig. Und dann kriegst du die... Ich mein, die Erze immer über Dirt herstellen und das ist ja alles ein bisschen, naja... Bisschen stressig... Naja, ein bisschen langer hat das halt, ne? Oh ja. Du hast es übrigens brauchst acht Stück von, wenn du das da drüber machst. Und Karotten brauchst du zwölf, 13 sogar. Ja. Und ähm... Da haben wir auch schon ziemlich viel Boundenmiel drauf geballert, auf die Karotten. Wir müssen ja vorankommen. Kannst du raus mit das Zeug. So sieht das aus. Dann hol ich mir mal das letzte Boundenmiel, dann hauen wir mal raus, komm. Ich mein, dann lassen wir alle Bäume wachsen und dann... Achso, wie sieht das jetzt eigentlich aus? Wir brauchen jetzt aber... Dieser Silkwormer brauchen wir jetzt primär nicht mehr, oder? Nee. Na dann... Ich muss ja das erste was willst. Ja, es sei denn wir brauchen halt nochmal... Ähm... Springs. Teilweise braucht diese Fische immer so ewig... So ewig... Oh. Oh. Das ist nett. Da macht er sich gemütlich. Und sich schön mal an. Okay. Das ist verhältnisch, oder? Schade. Oh. Ja, das ist so. Fisch kommt wieder. Was Rechtes kommt wieder. Ja, ja. Also... Hast du mit dem Schrum neben... Barrels setzen, da brauchst du noch auch irgendwas mit Stein? Hm. Oh, oh, oh. Da ist wieder... Ich habe gar keine... Du brauchst 3 für ein Papier, oder für 3 Papier? Ich glaube für 3 Papier. Okay. Das wird glaube ich dann sogar schon wieder reichen. Ja. Geil. Dann haben wir das auch. Oh, ist ja ganz cool. Ich weiß zwar nicht, wofür man diesen Bock... Ich meine gerne wissen, wie viele Leute man hier eine Party machen kann. Weil wenn du mit, sagen wir mal... 5 Leuten oder 10 Leuten eine Party hast, dann kriegst du so viele Rewardbacks und so. Ja. Wobei ich auch irgendwie so das Gefühl habe, dass du dann... Ich habe zu zweit zwei Leuten das Gefühl, ja, hast du... Und haben so ein bisschen still. Ich stand immer wieder dabei. Ja, das hast du auch... Ja, okay. Alleine, dann klopfst du einfach selber die ganze Zeit Bäume. Ja. Ich meine, so fängt jetzt einer essen und einer... Weißt du eigentlich bei den Karotten Nature, dass die auch... ausgewachsen sind? Ähm... Ja, die sind ausgewachsen. Ja, die sind ausgewachsen. Ja, sieht man doch, dass die da rausgucken, die Karotten. Ja, hübsch. Ja, die gucken da aus... Nein, die sind gerade erst eingepflanzt. Ja, ja. So, ein Dirt habe ich schon mal, dann kann ich ein Kabel machen. Ein Kabel, Kabel machen. Machen kann mir ein Kabel machen. Boah. Mein Dirt ist so... Ich glaube schon... Wie dürfte ich eigentlich eigentlich sind? 5... 6... Ich hab was gehört. Ja. Das ist natürlich auch geil, dass wir die ganze vielleicht immer Richtung Sugarcane raus, wobei die Felder macht man nicht kaputt, ne? Wenn man da so raus... Also hast du bis jetzt noch nicht geschafft und ich hab das meine ich auch nicht. Das ist wirklich... Das ist relativ schwierig, ja. 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 Du schaffst das noch. Äh... Ja, und ich würde ja hier gucken. So. Oh, da... Uh... Uh... Settling ist hier. 4... Settling ist hier gerade. 5... 6... Den Bäumen liegen noch noch 12. Ja, ja. Äh... So... Ich werde jetzt... So ein Settlet machen. Oh, das ist schon wieder ein Dirt. Wir gucken, dass die Scheiße weg sind und wird mal kurz aufs Kabel gehen. Das ist eigentlich schwierig. Welche Scheiße wächst? Haha. Oder sollen wir dann kurz Break machen? Ja, dann müssen wir wieder neu synchronisieren. Das sagt... Okay... Da haben meine Leute halt jetzt... Weiß ich nicht... Zwei, drei Minuten statt. Man braucht zwei, drei Minuten. So lange wollte ich nicht bleiben. Ja, das stimmt wirklich. So... Alleine sind halt da. Ja... Ich glaube, wir machen die Ball mal. Ja... Ich habe nicht wirklich viel zu tun. Ich habe schon wieder ein Settling. Und noch ein Settling. Und... LOL... LOL... Sieben Settlings von einem Baum. Das ist echt viel. Acht... Neun... Zehn... Elf... Krass... Ich habe gerade einfach mal... Elf Settlings von einem Baum gekriegt. Elf Stück? Das ist richtig krass. So... Das ist halt Wagenzler. Bestimmt nicht mal 30 Sekunden. Ja... Fünf Minuten war das. Naja... Das findet die Webcam auch traurig. Ja... Äh... So... Und... Was soll ich machen? Ja... Moment... Sonst hat er auch der Ficht gemacht. Nein... 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 Da ist ein Lava drin... Irgendwie kurz über... Kurz über... Kurz über... Ähm... Achso... Du musst nächst wieder das ganze Essen und ich hier... Das nehme ich auch Essen. Ja... Ja... Das Essen ja auch gefichtet im Endeffekt. Naja... Versorge... Versorge mir danach. Irgendwann nach. Irgendwann nach. Äh... Dann braucht man doch diese komischen Crook-Dinger... Braucht man doch auch überhaupt nicht mehr, oder? Äh... Ja... Ich hatte das Gefühl, ich habe ziemlich viel Settlings gekriegt... Dass es die Blätter damit abgebaut hat. Ja... Oh ja... Ich hab da Elf eben gekriegt von so einem kleinen Baum. Achso... Apfel. Jaja... Haltes... Dings... Na ja... Gut... Und wenn man damit abbaut... Die Sigma mal kannst du ja... Ähm... Kochen... Das wird auch wieder Essen. Ähm... Ich glaube ich habe jetzt genug Steinen hier. Ich habe wieder vier Settlings, ja... Aber... So... Aber das hier ist doch nicht fertig, ne? Das ist ja noch... Und... Oh... Ich habe ja nur zwei... Von den kleinen Steinen hier. Okay... Okay... Vielleicht brauche ich doch noch mehr. Ja... Da sind... Zwei Steine drin... Das heißt... Wir brauchen noch zwei... Okay... Mit viel Glück... Haben wir vom nächsten... Birdblock... Wer schon... Gerade produziert wird... Schon genug... Wie viele Shones waren da gerade in dem Satz? Schon... 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 Das heißt... Läuft schon... Wieviel gibt denn eine Karotte? Was? Eine Krawatte? Eine Karotte... Achso... Brauch nur einen... Oh Gott... Du bist ja ewig am Fressen... Ja... Ist halt echt so... Ja, aber das bringt mehr als Weißen... Du brauchst drei Walzen... Und... Kling... Haste... Was hast du dort bekommen? Haste auf die... Achse... Was heißt denn Haste? Äh... Ich kann jetzt wieder abbauen... Du hast ja XP quasi... Bei vielen Sachen... Genau... Du hast ja 145... 75... Ich glaub Monster Killen... Gibt auch XP... Weiß ich... Ja... Kann wohl sein... Ich hab das bisher 200... Ja... Wenn du dort abbaust... Auf... Ähm... Mit einer Achse... Machst du... Kein XP... Okay... Aber ich muss das jetzt auch mal reparieren... Ich hab... 15 Durability noch... Ja... Das können wir auch noch... Shift... Da... 59 noch... Nein... Guckst du ein Sägengeräusch... Ja... Voll geil... Äh... Ah... Hier steht... Also hier kann man sich immer die Modifiers eigentlich angucken... Und der sagt mir... Es hat 50 Regislawen in der Headship... Ja... Bling... Da... Ist der Bling... Oh... Mann... Ist auch noch viel zu weh... Äh... Ein Monsterbomb... Da... Ist die S-Loft noch... Und die Bonsieren... So... Hab ich... Ne... Ne... Ich will siegen... Ich hab Glück beim siegen... Ja... Aber ich will auch... Steine... Ja... Hast du jetzt da irgendwas Krasses draus bekommen? Die Steine... Aber das reicht noch nicht... Ah ja... Robot Trees Seeds... Nice... Ja... Ja... Das ist... Das ist gut... Sehr gut... Sehr gut... Oh... Oh... Someday... Ok... Jetzt kann man erst mal die Crystal noch abholen... Das... Oh... Und hier noch ganz viele Settlings... Vier Settlings... Ist das schon genug? Ach... 38... Jetzt hab ich im Bett geschlafen... Das war auch nicht... Ein Settling noch... So... Claim Reward... Yay... Da bringt nicht so viel... Da kann man sich halt Herzen farben... Kann ich da so ein bisschen die Herzen zusammenfangen... Und ein paar Äpfel gibt's auch... Das... Können wir uns direkt mal wieder verwerten... Weil... Ach... Herz... Ich hab nur ein halbes... Haben wir hier noch was? Da ist ein Viertelherz... Ich hab auch noch ein halbes... Ja... Ich hab das in die Kiste gepackt... Mach mal... Und den Rubber Tree packe ich mal hier hinten, ne? Du anst den mal... Wir müssen halt auf jeden Fall aus dem Baum ein Settling kriegen... Oder mehrere... Weißt du nicht? Ha... Seh weh... Man kann auch aus einem... Aus einem Holz von dem... Da gibt's mal drei Planks... Sagst du? Sonst gibt's mal vier, ne? Also... Ich hab die Planks nicht so gut... Weil da lag ja die Musik richtig, ja, oder? Oder... Ja... Ich hab voll ewig... Keine Musik, obwohl ich die anderen brauche... Aber noch mehr Laut... Ja... Und noch mehr Musik... So... Willst du den ganz großen Baum abbauen? Ich hab leider keinen Bock drauf... Ja... Okay... Kann ich dann ein paar Äpfel fressen... Schauen wir hier doch mal den großen Baum ab... So... Mal stammen... So... Ich check nochmal gerade hier... Also... Das... Haben wir... Fertig... Sonst ist es so ein Baum... Wenn man sich hochbauen... Was für... Wir bleiben... Gucken wir mal ob da was gewachsen ist... Entschuldigung... Vielleicht... Ne... Ah... Ich hab da ein Cover... Den muss ich da schon mal reinfinden... Zip... Zip... Der macht ja nur 1 Millibucket per Tick... Das heißt... 20 Millibuckets pro Sekunde... Okay... Und... Ein Stein bringt 250... Also ein Stein ist 2 Minuten da drin... Das ist schon mal... Interessant... Voll die geile Energiequelle... Weißt du... Im Generator... Kann man machen...